Uns hat es da Frieden verschlagen. Und schau mal, an was der Johannes so schraubt. Hi, ich bin Johannes und das ist mein Veloster. Wie bist du auf die Track & Safety Days aufmerksam geworden? Durch das NIRIN Pflegetesterprogramm. Da wurde das auch beworben. Dann habe ich mir das durchgelesen und mich dann direkt auch dafür beworben. Handwäsche oder Waschanlage? Handwäsche. Lackieren oder folieren? Der ist komplett foliert. Luftfahrwerk oder Federn? Federn. Lone Rider oder Tuning-Club? Wir fahren meistens mit dem Tuning-Club auf Treffen. Kombi oder Sportwagen? Sportwagen natürlich. Hockenheimring oder Nordschleife? Nordschleife, da waren wir letztens auch noch. Selber schrauben oder machen lassen? Wir schrauben viel selber mit Papa zusammen. Der ist Kfz-Meister. Das spart auch Zeit und Geld. Das ist mein Highlight. Der Hack-Spoiler. Das ist ein Importteil aus Korea. Und das war eigentlich ziemlich schwierig dann einzutragen. Weil keine Gutachten dabei waren. Und hier im Kreis dann auch keiner eintragen wollte. Dafür sind wir dann extra nach Gelsenkirchen gefahren. Der hat den dann 21 abgenommen. Mit Nummer drin. Und hier im Kreis dann auch keiner eintragen wollte. Dann ist der Fahrzeugbrief eingetragen. Also alles wieder sicher. Ja, ich habe den Spoiler hier aus Korea importiert. Und hier im Kreis wollte sich dann erst kein Prüfer anschauen. Und warum war das so schwer diesen Spoiler einzutragen? Ja, Johannes. Das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht einfach war, diesen Hexpoiler eintragen zu lassen. Zumal du auch kein entsprechendes Gutachten dafür hattest. Es müssen nämlich zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden. Der Hexpoiler muss splittersicher sein. Das muss nachgewiesen werden. Der Anbau muss überprüft werden. Ist der fest am Fahrzeug? Dann die Rundungsradien. Ist der Spoiler etwa scharfkantig? Und im Falle, falls dein Fahrzeug über 220 Stundenkilometer läuft oder aber der Anstellwinkel des Hexpoilers größer als 10 Grad gegenüber der Horizontalen ist, müssen fahrdynamische Untersuchungen erfolgen. Es muss überprüft werden, wie groß ist der Abtrieb an der Hinterachse und der entsprechende Auftrieb an der Vorderachse. Nicht, dass es da zu gefährlichen Fahrzuständen kommen kann. Wem würdest du die Track & Safety Days weiterempfehlen? Eigentlich jedem Tuner. Damit man auch mal merkt, was man mit den Autos macht. Ob man die tiefer legt, breitere Felgen drauf, einen Spoiler hinten drauf. Damit man auch mal merkt, was man da genau macht. Outro Come on! Outro